Tja, mich auch, ne. Boah, ich glaube, ich scale, ich bin ja nicht ohne mein Crit. Mein Crit Resistenz. Ist ja schlimm, okay, wir haben verloren. Oh, noch nicht, ne? Schafft man doch. Ich bin begeistert. Oh fuck. Hallo, Medic. Kill den Medic! Kill den Medic! Oh! Mein Herz, ey, was macht ihr für ein Scheiß? Warte, die wollen wir nicht platzieren, die Bombe reinschmeißen, oder was? Ja, das ist auch mal was Neues. Tot. Schubile, dieser Fettsack. Scheiße, first, fight the soldier! Scheiße. Du kommst hier, nimmst rein! Ach nein, ich bin schon wieder draußen in der Luft. Ey, die killen, ey, die tun meine Haftboxen wegschießen. Diese künstliche KI mit Roboter. Oh, Mann. Es wird echt harry grad. Verdammt! Was hat denn dieser Heavy Weapons Guy gekillt mit seiner Natascha? Okay, wir haben verloren. Oh, da haben wir verloren. Ne, ne, na... Ah, okay, wir haben verloren. Hm, schwer. Ja, das war der letzte verdammte Fettsack. Da hätten wir's geschafft. Ich glaube, jetzt geh ich meine Crit-Resistenz. Und was noch? Kugel-Resistenz. Und was noch? Ja, du brauchst keine Resistenz eigentlich. Oder hast du schon deine Damage und alles voll? Keine Ahnung. Achso, nein, hab ich. Und dein Sticky Launcher halt. Ja, hab ich. Aber ich glaube, Resistenz ist auch nicht so schlecht. Ja, gut, wenn du alles hast, dann würde ich ja... Ist schon okay. Gut, ich überspringe wieder. Und zwei Deflektor-Happys. Ich mach immer automatisch einen Screenshot, ne? Leute, den mach ich immer nur für euch. So, tschuldige, dass du da drauf fliegst. Okay, wieder ein bisschen verstreut. Aber warum hab ich dich nicht gekillt? Ah! Schau, dass ich bin ge... Ich geh raus. Ich hänge fest. Ja, das hab ich noch am Sex auch noch mal gesagt. Ich komm nicht mehr raus. Ja, das hab ich noch am Sex auch immer. Verdammt. Ausgerechnet jetzt, wo ich auch unaufmerksam war, komm da lauter Scouts raus. Ich hab am Sex auch immer so. Ach nee, wieso sagt er, wenn ich sie jetzt gerade ignorieren? Die Schweiße. Schwul und Scheiße, ich schweiße. Ey, ich weiß nicht. Du schweißest. Hallo, ihr Robo-Köpfe. Na toll, ich platziere auf, ob die laufen darf. Andersrum, genau. Verdammte KI. Ich hasse das KI. Ey, ich wurde angepisst. Der Computer pisst mich voll an. Ja, ich glaube ich kaufe eine andere Maus, Leute. Falls ihr euch das nervt und meine Maus schlicke da. Ich brauch eine neue Maus, ne? Du holst mir jetzt mal eine neue Maus, ne? Nö. Hilfe! Oh Gott! Ich konnte mich nicht wehren. Ich konnte mich nicht wehren. Die Scouts waren überall. Ich habe getan, was ich konnte, aber ich konnte es nicht schaffen, alle zu töten. Oh Mann, ich habe voll die heiße Stimme, als wäre ich krank irgendwie. Ne, ich habe meine Büsche krank. Ne, ich bin nicht krank. Vielleicht der Mittwoch. So 90%iger Sicherheit. Noch kann ich aufnehmen. Komm ich darauf. Ich glaube, ich sollte ein bisschen fortproduzieren. Ja, wir können nochmal eine aufnehmen, oder nicht? Komm schon. Und Silverstone wird gehatchert, oder? Ne, noch nicht. Es sah gerade so aus, als würde Silverstone gehatchert werden. Huch, ich habe da gerade meinen Namen gelesen. Yunker.de. Wir kommen auf Yunker.de. Beste Webseiten im Internet. Die es gar nicht gibt. Nachricht. Das Thema hat ihr mal gehört. Doch, wir machen es gerade im Bespiegel. Echt? Ja. Was habt ihr genau gemacht? Äh, McQuil weiß ich zum Beispiel. Hä? McQuil und so. Und was macht das? Das, äh, lässt so einen fließenden Text da durch den Datschern laufen. Mhm. Das machen wir gerade in DVR. Datenverarbeitung. Also ich bin gerade zu faul, den ganzen HTML-Code selber zu schreibe ich mal gerade mit Dreamweaver. Das geht schneller. Ja, der kann nicht kopieren, ne? Ne. Da hast du so eine Oberfläche und kannst du auch einfach so bauen. Und der HTML-Code wird einfach generiert. Das ist eigentlich dein Dreamweaver. Ich hasse diese Heavy-Soldier-Lappen. Diese Scheiß-Medics. Die Kombination mit, äh, Soldier ist gleich Frustration. Mit Soldier. Frustration! Na toll. Ja, das ist dann immer wieder. Moin. Ich glaub' ja. Was? Ich hab' die wegschubsen können. Also Leute, ich glaube, das reicht auch jetzt fürs Erste, ne? Ähm. Wir kommen, das schaffen wir noch. Zwei Runde. Mein Schweierplatz ist eh gleich voll. Also ich glaub' diese Runde kann ich nicht mehr aufnehmen. Ach Gott. Ich glaub' ich bin jetzt am besten, ne? Das ist doch blöd. Das war grad sehr spaßig, aber... Ja. Ey, du hast 80, kick mal. Das muss doch gehen. Ja gut, äh... Schau' doch mal kurz nach. Hier wird's doch locker noch so 40 frei. Okay, das war's. Das ist die letzte Runde, ne? Also, ähm... Ja. Ja, mach' mal kurz Pause. Soll ich Pause machen? Ja, wir müssen eh warten jetzt. Ja stimmt, okay. Mach' ich schon eine Pause und schau' nach wieviel Spaltplätze ich noch hab. Äh, es ist gleich. Drei, 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 drei. Okay, weiter geht's. Und wieder ein Screenshot gemacht für euch. Ja, das funktioniert auch nicht. Ja, wir haben ja einen Boing. Achso, ja, komm. Scheiße, ich... Na... Hab' ich total vergessen. Ich dachte, die sind da, wenn sie rauskommen. Von Wundbar-Kar. Von Wundbar-Kar. Wundbar-Kar? Nein, mein Name hat den Carl und seinen Namen. Jan-Kar. Ich bin von Wundbar-Kar. Ich bin von Wundbar-Kar. Könnt' ich bitte gezielt noch auf die Madics gehen? Hey, super. Ich geh auf jeden los, den ich sehe. Ich geh auf die Masse los, das mach' ich. Aber die haben lauter Boings, das nervt. Oh Gott, viel weg! Oh, ein Fettsack von meiner Schnauze, ich schwör's dir. Ja, da war kein Medic mehr. Ich hab' die Panik. Ich hab' die Panik. Da krieg' ich fort' die Panik. So, hier, ein bisschen verteilen hier. Ja, komm, verte... Und... Boom! Boom in your face. Uaah! Ich muss dauernd machen. Das heißt, ich werde krank. Das ist so'n... Symptom. So'n... Symptom, oder? Ja. Genau. Das... Symptom. Na, ich hab's sehr viel cooles für euch. Ich glaub' ich kiss-gäm' ich wieder ein bisschen. Und zwar ist geleg' dieses Mal mein... meine... Magazindose. Die hab' ich schon geskillt. Naja. Wahrscheinlich hab' ich die Folgen geskillt. Und, äh... Weil wir verloren haben, hab' ich jetzt was anderes geskillt. Und daher hab' ich schlecht vergessen. Nö? Es gilt. Es gilt. Es gilt. Ja. Total scheiße erformuliert. Ich weiß. Was machst du denn da? Ey, du kommst hier nicht rein! Du kommst hier nicht rein! Du kommst hier nicht rein! Du kommst hier... Ich wär' froh, wenn wir nen Medic in unserem Team hätten. Oh ja, das wär' echt super. Das wär' richtig geil. Die Crits machen nur noch so viel Schaden, das ist echt hart. Nein, die... Die Crits... Die machen mich fertig. Ich hab doch mal einen Griff-Resistenz wohl. Der rechtschaffende Bison, hab' ich schon. Die Runde ist erst recht rum. Frustrierend, 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 aber cool. Oh, der arme Engineer. Der tut mir richtig leid. Eine, eine Minute, eine Schweigeminute für den Engineer. Nein, 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 vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo, Scheiße, ey. Oh Gott, da ist Sniper. Der ist, da ist. Sniper! Aus Sydney. Ach, komm. Also gut, Leute, wir kommen hier nicht weiter, ne? Ja, sehr besser. Ähm, mach ich hier Schluss, ne? Und sage, bis zum nächsten Tag, oder bis gleich, ne? Also, ciao! Wie wär's, wenn du auch tschüss sagen würdest? Was? Wie wär's, wenn du auch tschüss sagen würdest? Ja, ich sag tschüss, tschüss. Also tschüss, ne? Tschüss. Tschüss, du sagst jetzt auch tschüss. Ja, ich sage tschüss, tschüss, Leute. Okay, wir sagen auf drei. Faforizieren, liken auf Twitter, auf Facebook. Nein, das macht er nicht. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. Tschüss.